Nein, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm. Keine Ahnung. Ja. Da, 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 da. Oh. Der passt gerade echt sehr gut. Luna Buffer. Verdammt, stimmt. Sind da so viele? Wir sind jetzt auch noch alle stärker, aber ich bin kaum stärker als vorher. Excuse me? Okay, das wird jetzt gerade, warte, wir müssen jetzt mal heim. Bye. Oh Gott. Kann ich bitte? Aaaaaaahhh. Danke. MC braucht ein Schild. Da, da, da. Okay. Tun wir gerade mal heim. Mh. Mh. Uhhh. Mh. Wieder Buchen. Ich komme doch langsam ein bisschen durch. So. Es. Warte, das tut jetzt gerade so ein bisschen weh im Herz. Oh oh, ich hab's Gefühl. Oh oh. Oh oh. Ich würde die Waffe da mitnehmen. Oh oh. Dann leben wir kurz, aber... Ah, wir sind mal positiv. Zusammen werden wir es schaffen. Warte, da war doch ein Teleporter. Geheilt. Oh oh oh. Oh? Nee. Hätte ich geredet, dann kann ich die angreifen. Ja. Nusa hat immer ganz viel Sauerteig. Wir haben... Doch da ist jemand. Okay. Zumindest... irgendjemand mit Spächer getroffen. Den... 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 So. Dann haben wir jetzt nur noch... Ah, nee. Ich glaub wir können einfach mal so angreifen. Let's make it quick. Ja. Time for a shot. Now time. Ah, jetzt müssen wir langsam warten. Let's go. Ach nö. Das ist ein Dreierundenkampf. Das ist ja jetzt... Nicht so gewesen wie gedacht. Erstmal ein Schild. Erstmal Ultrattacke. Boom. Sagen so, ich würde gerne mehr backen. Aber leider... Back ich irgendwie nicht so viel. Oh. Ja. Halt dich mal. Natascha. Wollen wir mal passen? Ah. Warum ist das Gold? Jetzt gerade ist fertig. Was ist Gold? Wollen wir die schönen Attack-Buff haben? Wann tun wir mit denen angreifen? Weil der andere hat eine Schwäche, die wir haben. Falscher Gegner. Und mal schauen, ob wir es... Oh. 1800. Ich bin immer so ein kleines bisschen stolz. Ich mach mittlerweile 1800. Ich weiß, das ist eigentlich fast gar nichts. Weil die Leute eigentlich schon immer bei... Keine Ahnung. 10.000. Viele sind bei 100.000. Aber ich bin so... Hehehehehe. Ich mach tausend. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich hatte keine Schwäche dabei. Nein. Tschüss. Wir werden Freunde sein. Wir sind Freunde. Ah. Let's go. Ha! Just to stretch. Tschüss. Aua! eins nach dem anderen kaputt ich muss heilen ich muss heilen warte warum heilen und heilen Ich war gerade so, hä? Plötzlich hat der eine das Schild des anderen wiederhergestellt und ich so, nein. Das sollt ihr nicht machen. Wir haben schon wieder keine Schwäche. Was ist denn das hier? Ähm. Wir müssen mal ganz drüber waffen. Ich finde aber ihren Ultramar noch so hübsch. Von Tingo... Tingo? Das wird aber hier ein bisschen schwerer. Weil wir gar keine... Ähm. Keine Schwäche von den Leuten haben. Guck, wir da das Schild hatten. Warte. Machen wir mal das Ult. Trinkt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ich brauch ein bisschen was. Die Antwort von MC. Okay. Machen wir jetzt erstmal so. Oh. Dann können wir nämlich wieder. Boom. Haha. Ach ne, scheinbar ist er. Aber... Hier haben wir zumindest Schwächen. Machen wir mal hier ein Schild. Gut, dass wir das Schild gemacht haben. Myaa. Oh mein Gott, das war jetzt aber... Da haben wir jetzt nicht gut gehabt, dass wir da jetzt hier noch einen Fähigkeitspunkt haben. Boom. Yo. Okay, okay, okay. Aber warte. Oh, ich fühl mich so... Nach dem letzten Mal, wo wir da irgendwie... ...per so vielen Kämpfen und Schwierigkeiten hatten, ist das gerade echt sehr zufriedenstellend. Ich weiß, das sind nur kleine Kämpfe. Aber es tut so gut. Das war mit Strategie. Aber... Hey, wir sind schon. Oh, es ist offen. Oh, danke, 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 Done. Tut einfach gut, wenn man einfach so... ...zwar nachdenken muss, es ist kein geschenkter Kampf, aber es ist jetzt keiner, wo man zur Verzweiflung getrieben wird. Mechanismus Energiezentrum. Gib mir ein bisschen Zeit. Wer hat dieses System gezeichnet? Es ist so unintuitiv. Das Erdbewerb-Evacuation-System? Nicht das. Was wird es alles geben? Rock-and-Roll-Dance-Floor-Atmosphäre-Mode? Wer hat das denn gezeichnet? Und sie haben eine meiner Songs benutzt. Was ist denn? Dein Branche-Kontroll-Terminal. Ha, ich habe es noch gefunden. Okay, das Rock-and-Roll-Tanzfläche hätte ich aber gerne gesehen. Ich habe nur das Gefühl, jetzt werden wir aufgefertigt. Also, warte mal, ich habe ja hier noch diese... ...die Dinger. Ja, das habe ich Gefühl. Müssen wir gegen das Ding kämpfen? Ja, müssen wir. Warte mal, ich weiß nur, ich habe mir von Freunden erzählt bekommen, dass sie sehr... ...anstrengend sein können. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich hätte ein Schild machen sollen. Irgendwie, meistens, eben sage ich noch, ich bin voll stolz, aber die jetzt wohl einfach sind und jetzt mache ich tausende Fehler. Was ist denn das, ehrlich? Den haben wir jetzt auch kaputt gemacht. Was ist denn das jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So viel Leben gezogen. Oh, so viel Leben. My turn. Ja. Naughty child. Rules are made to be broken. Okay. Okay. Um, hmm. Welcome customers. Ja. Oh. Okay. Das war jetzt ein bisschen... Ähm. Sie brauchen auch noch ein Schild. Let's go. I try hard sometimes. Watch this awesome move. This is our chance. Okay. This is our chance. Hoffe ich mal. Naughty child. Einmal. Das ist kaputt. So. Aber er hat sich nur erholt von mir froh. Das ist schon mal etwas. So. Schaffen wir das wieder? Wir machen gewöhnliche Schaden. Nö. Warte, was ist denn das jetzt? Ähm, nochmal. Ach Gott. Au. Au. Bis wir das Schild hatten. Ähm, wir geben ihm ein Schild. Ne, warte, wir geben ihm ein Schild. Wir können, notfalls können wir nämlich heilen. Auch wenn ich es wahrscheinlich am besten heile, bevor es zu spät ist. Halt hier erstmal kurz. Ähm, wir haben nicht so viel Leben verloren bisher, aber... Ich habe echt nicht gedacht, dass ein Schild eigentlich so einen Unterschied machen kann. Es ist echt krass. Das Schild hat mir jetzt schon öfters den Hintern gerettet. Ja, komm. 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 Yes. Wo müssen wir eigentlich hin? Ist auch eine interessante Art von Brücke hier. Perfekt. Okay. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother may be there. Ah. He probably is. Hopefully we don't bump into him, but if we do, we'll just have to try and talk to him. Hoffen wir immer, dass das funktioniert. Ich bin sicher, dass du ihn konvinzen kannst. I've probably got a 30% chance. Or less. Drei zu eins. Und das andere war 30%. Ja, der hat mir jetzt eigentlich so ein bisschen recht. Swarok haben wir jetzt auch nicht so wirklich überzeugen können. Ah. Ah. Ihre Eleganz. Wir werden es sehen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es nicht zu einem Kampf kommt. Aber so wie ich die Spiele kenne. Ich nehme mein Wort zurück. Er steht nämlich genau da. Zwischen den Ohren. Ach man. Zumindest sind wir geheilt. Ach man. Auf geht's. Ach man. Es ist wirklich du. Warte, Gepard, hör auf mich. Wenn die Sentry reportete zu mir, ich dachte, dass es ein Verständnis war. Die Angelegenheit hatte sich nicht zu verabschieden, zu deinem Entry in die Restricted Zone. Vielleicht hat die Intruders dich verabschiedet. Und jetzt... Geh weg von den Intruders, Serval. Geh über langsam und steig hinter dir. Du bist anders von ihnen. Verdammt. Lässt du mich mal ausreden? Oh. Warte, ich habe vergessen, mich wegzumachen. Mich kurz weg. Ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the Restricted Zone. Attacking my silvermane comrades in arms. Hijacking the energy hub. Warum schon... Warum ist jetzt... Warum ist jetzt... Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Warte, wenn wir wieder warten. Ich darf es nicht vergessen. Warum würdest du in die Restricted Zone und kreieren Chaos? Ich verstehe. Du verstehst nicht. Derjenige uns von uns zu kommen, ist Kokolia selbst. Sie haben alle gesehen den Supreme Guardian in person. Du denkst, dass du wie möglich kannst? Du kannst du wie möglich sein? Weil sie nicht erinnern deine Version des Lebens? Listen zu mir, Japard. Die origin und spread von den Fragmentum ist links zu den Stellarion. Die Meteorite in den Architekt's records, ist... Wie gut, dass aber der Dame... Ich glaube, dass du mit der Menschen schwebt bist. Das ist... Das ist nur... Das ist nur... Das ist nur... Das ist nur eine... Das ist nur eine... Das ist nur ein Schwestern. Das ist nur ein Schwestern. Kokolia ist Angst, dass wir dieses Sprachmühen können. Dass die Wahrheit entfernt wird. Dass wir die Welt schwebt, müssen wir alles zu retten. Sehr gut. Echt sehr gut nachgeschrieben. Ist ja nicht anwählen. Und Schweste lässt er außen vor. Der Kampf geht los. Heute danke nur dafür die Erklärung. Ja ab und zu tue ich mal so ein bisschen verschwinden. Weil Thumbnails für YouTube sind immer so ein bisschen schwer zu machen wenn hier so ein Model hin und her hüpft. Und das macht es einfacher. Sonst möchte ich das ganze Spiel nochmal mal durchspielen. Das ist eigentlich schon so eine süße Granatenmucke. Wie dann so huiii. Natürlich, ja wir werden. Wo kam der eine jetzt hier gerade noch her? Der da, wo kam der noch her? Super, jetzt haben die alle ein Schild. Ähm. Tun wir gerade mal Buff. Dann. Hier ein Schild machen. Das ist dein Schild. Es ist dein Schild. Es ist dein Schild. Es ist dein Schild. Ja. Dann. Das ist dein Schild. Das wird mehr als die Medizin. Ähm. Wir haben sieben. Und dann haben wir... Hier haben wir... Die haben ein Baffe. Und dann haben wir... Dann haben wir... Baffe. Äh, Hilfe. Okay. Nee, warte. Erstmal nur eine Einzelattacke, weil wir müssen, glaube ich, hier wieder ein Schild machen. Danke. Wer kriegt das Schild? Im Ernst von sich kriegt man das Schild. Okay, wir haben schon mal unser... Nein, das Schild ist wieder da. Aber wie gut, dass wir hier das Schild hängen. Sein Schild ist wieder da. Na. Na. Was? Und... Gefahr, warum bist du so... Nein. Nicht so... hart zuschlagen. Ähm. Wir passen oder tun wir? Nee, warte, wir haben nicht so viel. So. Nein. Nein. Definitiv, Frau Sie jetzt, ein Schild. Uh. Wir tun erst Waffen. Na gut, warte. Geht noch. Okay, das geht. You can't run! Excuse. Uuuuuhh. Was war denn das? Try that again! Excuse me? Just in time. Just a little bit. Haben wir jetzt gerade das erste Mal vom Gegner und Brüte entdeckt? Think we nothing of it. Much better. Let's go. My turn. Hm. What's this? Rules are made to be broken. Mal gucken. Ja! 3000 auch noch. Yay! Uh. Yes! Das ist immer wieder mega. Cut sie. Er weiß, wie ein Kampf zu machen. Ich habe nie so auf jeden Fall so aufgewachsen. Uh. Er wird einfach nicht runtergehen. Er ist so ständig, wie ich bin. Es könnte ein Argument sein oder ein Kampf sein. Er wird beide zu der Tod. Das ist, warum hast du mich nicht so ausgesprochen. Das hätte ich halt nicht gesagt. Das tut meistens auch anfeuern. Dann hängen kann er nicht ganz gut argumentieren. Das habe ich auch gemeint. In welchem Fall. Belieb Bronya. Lady Bronya. Ja. Zettel. 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 Och nee, okay. Ja, und auch der Zettel. Okay, vielleicht. Hätte ich Erzbrief statt Zettel sagen sollen. Oh, die Leute stehen wieder. Och, Gepard. Warte. Ich glaube, für die Zeit müsste ich schon genug Screenshots machen können für das Ding. Deine endgültige Antwort. Aber, Lady Bronya ist der Kommandantiker für die Frontlinien. Hey, Schlupfloch! Wenn die Kommandantiker der Kommandantiker mit denen von den Architekten hinter den Linien clashen, ein Soldier muss auf ihrem Post bleiben und weitere Kommandantiken erwartet. Ist das eine Hinwelle? Klingt für eine Heldenwunde. Sorry, das Ding fand ich aber cool. Eine coole Antwort. Nein, endlich. Aber die Frau ist da. Was für eine... Rejective bow. Bow, ja, braui. Ja, sie kommt doch von Wannister. Und, und, und. Ach, er weiß auch, wo das Ding liegt. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us.